So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich zerstöre Straßensperren mit dem Kuhfänger oder dem Schlachtenbus. Mit dem Schlachtenbus müsste eigentlich klar sein. Klar, das ist die einfachste Variante, weil er da schon dran ist. Ich gehe hier mal gerade trotzdem außerhalb der Zone, weil da habe ich nämlich eben gesehen, war nämlich gar keiner. Dann zeige ich euch nämlich kurz, was damit gemeint ist. Wie gesagt, ihr müsst halt aus den Kisten den Kuhfänger, das ist halt das, was ihr vorne vor das Auto schmeißt. Und warum stolpert der denn so komisch? So, dann müssten hier eigentlich die Straßensperren gemeint sein. Zack, 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 zack. Und wie ihr seht, fünf Stück geschafft. War ziemlich easy, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, oh Gott, die Eierhoffachen. Ja, mit denen habe ich jetzt keinen Bock zu kämpfen. Aber wie gesagt, das müsst ihr halt machen. Einfach macht euch einen Kuhfänger vor das Auto, fahrt hier einfach durch die Stadt einmal durch. Und so kriegt ihr ganz entspannt die Aufgabe hin. Und so sehen wir uns auch bei der nächsten Aufgabe. Also in dem Sinne, euch viel Spaß noch beim Leveln und haut rein. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.